So meine Freunde und damit herzlich willkommen. Ich habe gerade das Auto im Casino gewonnen, auf ehrliche Art und Weise. Und das kann einfach mal fliegen, das Teil, Alter. Richtig cool. Wir gehen es jetzt mal tunen. Ich würde es gerne eigentlich wie den DeLorean tunen. Außer wenn man nichts machen kann. Also wenn man jetzt wirklich nichts Großartiges an dem Auto machen kann. Ich glaube, dann mache ich das Chrom richtig sexuell. Wir schauen mal, oder? Fahrzeug reparieren. So, erstmal. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt Motor etc. machen soll, weil der wird ja eh die ganze Zeit fliegen, weißt du? Nein, ich war rausgeflogen. Soll ich nochmal rauskommen? Nein, komm, ich hole dich. Kennst mich doch. Haben nur die Fenster bis jetzt dunkel gemacht. Hättest du einfach mal der ganzen Münz nicht ausgegeben, dann äh, kriegen das schon den Arsch her, ne? Weißt ja, wer zu mir gut ist, kann von mir Angst haben, ne? Also, erstmal Reifen und Zerstörer ganz wichtig, dann müssen wir Felgen-Typ, und zwar hat der DeLorean die großen Silbernen, die müssen wir jetzt erstmal finden. Also, die sind, also fast so. Ich muss ja kurz gucken, ich habe hier so ein Vorbild. Ich weiß nicht, guck auch. Der hat so ganz kleine, der hat so ganz kleine Schlitze. So ganz, ganz, noch kleiner. Fast so, wa? Ja, fast. Ja, doch, doch, das ist das, genau die. Okay. Na, der passt auch schon. Das kann ich halt noch. Hä, hab ich doch draufgepackt, Tuning-Felgen, oder sehe ich das falsch? Hab ich die nicht draufgemacht? Aber war das nicht... Ja, warum kann ich denn dann die Farbe nicht machen? Ach, das waren die Standard-Felgen, ich Idiot. Oh, ein Loch von mir. Der kann von dir, Lukas. Der müssen da sein, sehr gut. Müssen aber kurz die anderen durchgucken. Wo um seine hintere Reifen, groß und sein vorne... Ja, stimmt, hast recht. Mann, Alter, die Serien, ich glaube, die haben die halt extra schon gemacht, die normalen Reifen, dass die so aussehen wie Dings. Aber ich will die... Ja, komm, wir lassen die. Ne, ich hab die verändert. Ja, komm, wir machen das Tuning, auch wenn es dämlich ist, weil der ja eigentlich fliegen kann. So, jetzt Hack-Spoiler. Der DeLorean hat eigentlich keine, der hat halt diese Raketen. Ich weiß nicht, eigentlich gar keine, wa? Ja, eigentlich gar keine Seidenverkleidung. Seidenverkleidung, Sekulärfarbe mit Einlass. Machen wir... Und mit Einlass in Sekundärfarbe, jo. Dann Lackierung machen wir gleich, Nummer-Schild machen wir gleich. Lichter, okay, pass auf, wir brauchen auf jeden Fall Zehnern. Und dann brauchen wir... Alle, dann brauchen wir, ich würde sagen, Rot. Weil der DeLorean konnte... So Feuer machen, weißt du? Und dann sieht das ein bisschen aus wie Feuer. Ein ganz geiles bisschen. Hupe, machen wir gleich Motorhaube. Ja, orange machen. Motorhaube, was hat der denn für eine Motorhaube? Gar keine Schlitze. Ja, dann normal. Dann normal. Ja, die so krasse Motorhaube. Kühlergrill. Der hat... Da steht nur das Zeichen drauf. Nur das Zeichen. Dann so, wa? Ja, egal, ist besser. Dann so. Okay. Frontstoßstange. Äh... Man sieht nur, die normale brauche ich, wa? Die normale sieht aus wie das Original. Sprengstoff, nein. Auspuff. Der hat... Ja, gut, der hat halt oben den Auspuff. Warte, ich muss mal Gas geben, damit ich das sehen kann. Machen... Kommt den hier. So, Motor machen auch rein. Bremsen brauchen wir dann auch. Panzerung lassen wir weg. Scheiß drauf. Also, ich hab das. Ich hab Reifen. Ich hab Turbo. Ich hab Getriebe. Spoiler, will ich keinen Seitenverkleidung. Hab ich? Verkaufen? Nein, Lackierung. Premierfahrer. Ich würd sagen, Chrom, oder? Meinst du nicht? Nein. Passt nicht mal. Eigentlich ist es die Farbe hier, aber die hab ich nicht freigeschaltet. Ja, bei mir, wo ich getönt wollte auch. Ich hab gesagt, soll ich weiß singen? Da und so. Ich mach Chrom, Alter. Ist einfach so. So, jetzt. Sekundärfarbe. So, auf Schwarz. Nee, das ist zu... Oder mach Weiß. Das ist zu... Weiß ist zu auffällig. Das ist das Problem. Also, entweder Schwarz. Oder... Oder so ein bisschen Grau. Aber das ist kein schönes Grau. So wär okay. So wär okay. So Schwarz wär auch schön. Ja, komm Schwarz, oder? Ja, Schwarz. Kann wo ein Schwarz. So, jetzt Ausstattungshaube. Kann man auch da drin was machen? Ja, mach ich gerade. Komm, machen wir Rot. Okay, Nummernschild. Lassen wir schon zu liebster Lichter. Habe ich Hupe. Ich hol' ich ne Kuhlupe. Ja, das ist ja cool. Ja, wenn der fliegt. Wenn der fliegt zählt. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, Arscher? Ich geh nochmal ganz kurz durch. Panzer kaufe ich nicht, weil es Quatsch. Der fliegt halt eh die meiste Zeit. Motor, Bremsen, Auspuff, Sprengstoff will ich nicht. Stoßstange haben wir gesagt. Lassen wir die normale. Kühler Grill haben wir. Mothaube lassen wir auch die normale, obwohl die schon geil aussieht. Normal. Neu. Mach normales. Normal. Hupe haben wir. Lichter haben wir. Schutzer Diebstahl. Nummernschild haben wir. Lackierung haben wir. Verkaufen nein. Serbenverkleidung ja. Spoiler. Ich gucke jetzt nochmal, aber ich glaube. Ne. Lassen wir weg. Getriebe haben wir. Turbo haben wir. Reifen haben wir soweit. Lassen wir die Standardreifen drauf. Fenster sind dunkel. Okay. Wir haben unser Zurück in die Zukunft Modell fertig. Jetzt gucken wir erstmal, was der kann. Deine Runde lichtern von unten. Das ist geil, oder? So, jetzt gucken wir mal, wie schnell der ist. Okay, der ist arschlangsam. Ich fliege nicht so schnell. Okay, der ist arschlangsam. Aber. Der kann fliegen. Geil, Alter. Habe ich scheiße gemacht mit den Beleuchtungen? Wir müssen gleich nochmal kurz zurück. Irgendwie ist das Neon nur hinten. Alter, ist das geil. Man kann es auch, wenn du Stress hast, lässt dich einfach fallen. Mal gucken, wie schnell das angeht. Geh an, geh an, geh an, geh an, geh an. Boah, easy, Junge. Boah. Mega geil. Zurück in die Zukunft. Mega gut. Na gut, ihr Lieben. Gewinnt das Auto. Ich wünsche euch viel Glück. Gibt es noch zwei, drei Tricks, die man anwenden kann. Macht euch mal schlau. Liebe geht raus. Ich hoffe, ihr gewinnt es auch. Haut raus. Ciao, ciao.